Die Heirung bei der deutschen Indoor-Meisterschaft 2018 hier im Kettich zum Rennen. 9 Frauen, 19 bis 29 Jahre, herzlichen Glückwunsch zu Bronze, Mara Weber, Lübecker Rudergesellschaft. Auf dem Silberrang präsentieren wir eine Dame aus Osnabrück. Applaus und Glückwunsch für Johanna Heile. Applaus und Applaus Und die deutsche Meisterin im Indor-Hudern 2018 bei den Frauen von 19 bis 29 Jahren kommt aus Münster. Applaus, Glückwunsch, Luisa Nerschulte. Applaus und Applaus Applaus und Applaus Applaus und Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020